ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde workshop 3 ich bin ram und heute spiele ich ein 1 was 1 ranked game habe mich verändert entschieden mein gegner spielt night elf ja es handelt sich nee also ich habe mich nicht für andere entschieden sondern habe random gewählt ja und habe andere bekommen es handelt sich hiermit nämlich um meine andere quali games nein meine random quali games gottchen was ist denn los ja ihr wisst was ich meine also auf jeden fall 1 was ist 1 andet gegen night elf erste quali spiel und ich werde versuchen fast exit zu spielen und dann mars gargoyles mal sehen oft ob der plan so aufgeht ich habe jetzt noch mal ein wenig in den sound einstellungen um gespielt und hoffe dass das jetzt alles so gut funktioniert so andet bin ich sehr froh darüber dass ich die als erste hier bekommen habe obwohl das erste quali game meistens relativ einfach ist relativ wenn man nicht zum beispiel den helden vergessen würde so wie ich jetzt in diesem fall ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet ich hoffe ich habe den noch nicht so lange vergessen man sieht nicht viel bedeutet der urtum des krieges befindet sich wahrscheinlich in der nähe der creeps also der wird den mitnehmen zum krippen stehen bereit und ich spiele den das night first damit geht es halt nicht ganz so leicht die exe frei zu machen ist aber durchaus möglich der packt ist besiegelt er hat gelaufen ups kleiner missklick sind die skelette hier schon weg man will das schatten schatten Ah, auf dieser Map ein relativ ekelhafter Creep. So, okay, geh nochmal hoch zum Gegner. Ach, damit sind wir im Bau. So, Gule sind da, wollen wir nochmal. So, versuchen so viel wie möglich zu killen, ja. Ich bin die Dunkelheit. Und ab dafür. Reicht. Ab in den Tag. Und sogar noch eine dritte Gruft. Ich bin mal hier drüben erst noch mal eine Runde Creepen. Ich bin die Dunkelheit. Spür meine Bescheidung ist abgeschlossen. Meine Geduld ist erschreckt. So, Zigaretten ausbauen. Dann sieht das alles schon recht gut aus. Und ich geh nochmal nach oben. Gucken, ob ich mir noch meine Akolyten holen kann. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschreckt. Meine Rache gehört euch. Ich habe gesagt, Akolyten holen. Ich meinte natürlich in Westpolen. So. Ihr habt gerufen. Wie ihr befasst. Die Beschwörung ist angeschlossen. Okay. Okay. Hat nicht wirklich viel gebracht. Urtom der Lehren. Das bedeutet, es gibt gleich Triaden und Bären. Aber er wartet schön in seiner Base. Ihr habt gerufen. Euer Befehl, Meister. Ausbau abgeschlossen. So. Ich geh aber gleich weiter auf Tier 3. Ich geh als Second Hero. Auf Tier 3 geh ich weiter. Ich bin die Dunkelheit. Meine rachige Forschung abgeschlossen. So. Um das Frenzy Ghoul Upgrade zu erforschen. Euer Befehl, Meister. Ich wünsche, du kannst dich beschweren. Unsere Schrei-Kreiber-Schwingung ist der Chef. Reiten oder sterben. Meine Geduld ist erschreckt. Das ist mit Sicherheit nur eine Illusion. Ich bin die Dunkelheit. So. Und den Licht muss ich gleich ordentlich leveln. Für den nicht glücklich. Unsere Verteidigung gestört. Oder ist eine Illusion? Ja. Ähm. Dem Licht muss ich gleich ordentlich leveln. Damit ich die ganzen Archer niedermachen kann. Ähm. Wieso ein Wächter-Schutz-Zauber? Auf in den Kopf! Meine Geduld ist erschöpft! Meine Geduld ist erschöpft! Meine Rache gehört euch! Ich bin die Wahrheit! Ich bin die Dunkelheit! Ich bin die Dunkelheit! Ich bin die Dunkelheit! Ausbau abgeschlossen! Da fehlt ein bisschen der Damage. Gehen wir erst nochmal weg. Ich bin die Dunkelheit. Jetzt mal schneiden Goblin-Schredder. Schon können alle Buhle mitkommen. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gerufen. Nein, ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft. Meine Arie ist erschöpft. Ich bin die Dunkelheit. 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 Meine Rache gehört euch. So, Level 5. Das ist Night. Meine Geduld ist erschöpft. Was Spachtel? Das ist das. Einige Gule. So, und jetzt gehen wir uns erstmal den Dark Ranger holen. Dann machen wir die Mitte. Und der Licht geht derweilen schnell eine Runde shoppen. Ich bin nach meiner Rival ein Ende. Meine Rache gehört euch. Leitet meinen Herz nicht. Ihr habt gerufen. Ich habe nicht mehr so verschworen. Ihr habt gerufen. So. Für den Lichtkönig. Ich bin die Dunkelheit. Und schließt sie. Gut zu der Geschicklichkeit. Hinter mir kommt er. Ich bin die Dunkelheit nochmal da angegangen. Ich bin die Dunkelheit. Und das ist Nacht. Da kann ich auch ganz beruhigt an den Brunnen gehen. Und mein Wurm darf natürlich gerne mitkommen. Meine Geduld ist der Chef. Toll, warum fänden die nicht? So, jetzt aber erstmal alle hochheilen. Ja. Meine Rache gehört euch. Oh, will da tatsächlich auf Schimären gehen? Sehe ich das richtig, meine lieben Zuschauer? Das wäre natürlich fatal für ihn. Ihr habt gerufen, was ist los. Wie ihr befehlt. Tatsache. Tatsache. Das war's für heute. So, und das sollte es ja wohl gewesen sein, ja? So, und mal ein schöner Fokus auf Illidan. Und das war's. Also, erste Quali-Game mit Random gewonnen. Lief sehr gut. Und so soll es auch weitergehen. Ja, auf zur zweiten Runde. Ihr seht's, ich hab wieder Random gewählt. Hab wieder Undead bekommen. Mein Gegner spielt Ork. Nee. Ich hab grad kurz überlegt, ob ich eine Fiend-Bild-Order spiele. Dann aber auch wieder anders überlegt. Also, ich spiel wieder eine Ghoul-Bild-Order. Gegen Ork. Gegen Ork. Ich überleg grad, ob ich den Crypt-Lord mal wieder spiele. Die Verdammten stehen bereit. Euer Befehl, Meister. Euer Wille geschehe. Ich gehorche mit Freuden. Mein Schicksal ist besiegelt. Kann ganz okay sein gegen Ork. Solange er noch nichts zum Dispeln hat. Ich werde in dieser Runde lange auf Tier 1 bleiben. Und versuche tatsächlich die Fast-Exer gegen den Ork auf Terena Stand. Tja, mal gucken. So, sichere Variante. Ich bau direkt erstmal ein Zigaretter aus. Mach ich jetzt erst so einen ganz kleinen Creep. Nichts kommt meiner Macht gleich. Ich habe den Ruf von Nongar. Wo soll mein Blut vergossen werden? Trotzdem schon ein weiteres Zigaretter. Bisschen Hüsterchen. Ich habe den Ruf von Nongar. Ich habe den Ruf von Nongar. Nichts kommt meiner Macht gleich. Euer Befehl, Meister. Ich gehorche mit Freuden. Ohne Unvergundbarkeitstrank. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und Level Up. Ich gehe nämlich mit wegen ein bisschen Damage nochmal. Und die Käferleins dürfen auch mitkommen, bis auf einer. Den schicken wir mal hoch in die Ork Base. Ich nehme nur den Frond von Nongar. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ach, das hat die Lüge. Ich habe den Ruf von Nongar. Ich gehe mal nicht der Gesundheit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wen wollt ihr töten? Ich wünsche nur zu dir. Euer Wille geschehe. Okay, es sieht alles ziemlich standardmäßig aus. Eigentlich alle schöne Items. Aber so viel Platz habe ich nicht im Inventar. Ich habe den Ruf von Nongar. Ich habe den Ruf von Nongar. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich diene nur den Fros-Tom. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was in Ruhe? Nichts kommt meiner Macht gleich. Gehen wir über die Mitte? Okay, Exater freigemacht. Ein Tower in der Base. Lass mal die Skelette vorlaufen, dann versuchen wir den Shop zu killen. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Er kommt da nicht raus. Er kommt, ich porte. Schaffe ich noch, easy. Einen großen Unverwundbarkeitstrank will ich gerne behalten. Ich habe den Ruf vernommen. Die Zeit fliegt dahin aus Spachtel. Sprecht zweifellos. Die Zeit fliegt dahin. Sprecht zweifellos. Nichts kommt meiner Macht gleich. Ich habe Schmerz. Dann machen wir erst noch den Kleinen hier. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Cool. Ungeschutztes. Ich habe den Ruf vernommen. Da ist das Inventar schon wieder voll. Wie lange braucht der Tech noch? Na, nicht mehr lange. Mitkommen, bitte. Ich heule mich eurem Willen. Ausbau abgeschlossen. Ich hole mich mal weiter auf Tier 3. Und go. Oh, Gesundheit steigen. Nice. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Versprecht. Ich habe den Ruf vernommen. Der Pakt ist besiegelt. Ich bin die Dunkelheit. Nichts kommt meiner Macht gleich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich die meine Geduld ist der Chefstron. Die Zeit fliegt dahin. Forschung abgeschlossen. Versprecht. Versprecht. So, Items bekommt alle der Dessert. Ihr habt gerufen. Meine Rache gehört euch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich habe den Ruf vernommen. Trifft eure Wahl. Ich diene nur dem Frost-Turm. Forschung abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Zeit fliegt dahin. Angriff. So, mal gucken, was spielt da denn. Da sehen wir nur den Tissi. Und Grunts. Okay. Noch ein Ring des Schutzes. Zweifellos. Mein Leben für der Asyl. Ja, Meister. Komm. Ich komme aus der Dunkelheit der Grube. Vergeudet meine Zeit nicht. Was ist das für ein Tüch? Meine Geduld ist der Chef. Für den Lichtkönig. Was ist eure Kläge? So, Alter, ist das eine Tankmaschine. Und die Vampire-Aura. Das sieht doch schon alles sehr gut aus. Ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist los, siehst du seit viel dahin? Noch ein kleinen Creep. Okay, müssen wir natürlich porten. Das ist euer Befehl, Meister. Was ist das für ein Blut? Was ist das für ein Blut? Ah, damn it. So, das war's. Die ist hier lieb zwar noch, aber das war's. Boah, hat sich schön eingetäuert hier. Wenn wir oben ein neues TP kaufen und ein bisschen Heilung und ein bisschen davon und davon. Na, da kommen noch zwei Worms. Okay, den können wir hier auch oben machen. So, da hakt das Bild, aber Gegner ist raus, also diskoniert, ey, nicht diskoniert, hat das Spiel verlassen. Ja, zweite Win im zweiten Spiel. So wollen wir das sehen und so kann's gerne weitergehen. Ja, meine lieben Zuschauer, der Ladescreen war jetzt zu schnell für meine langsamen, alten Augen. Ich hab's nicht gesehen, was der Gegner spielt. Na gut. Ich hab grad überlegt, aber in den Kommentaren schreiben bringt mir auch nicht viel. Denn dann ist das Spiel schon gelaufen. Wer arbeitet? Ja, schauen wir mal. Zwei Spiele, zwei Siege. Beide bisher mit Andert. Ja, mein Lord. Ich geh dann mal. Jetzt also Human, eigentlich meine Main Race, also es müsste gut laufen. Hoffentlich. Bereit zur Arbeit? Ja, mein Lord. Bei Human kommt's ja auch immer ein bisschen drauf an, ob man die Echse durchbekommt oder nicht. Also ihr kennt mich, ich werd hundertprozentig wieder versuchen, die Fast-Exit zu spielen. Ärgert mich nur ein bisschen, dass ich nicht gesehen hab, was der Gegner spielt. Könnte man mit dem Helden ein bisschen variieren. Obwohl ich ja eigentlich gegen fast alles den Arc Mage First spielen würde. Ich spiel dennoch hier die sichere Variante gleich mit einem Arcane Tower. Was ist? Bereit zur Arbeit? Ich kann hier nicht richtig. Ich geh dann mal. Einsatzbereit. Was braucht ihr? Jawohl, mein Lord. Natürlich. Mehr Arbeit? Na gut. Mehr Arbeit? Mehr Arbeit? Na gut. Mehr Arbeit? Mehr Arbeit? Ich bin ich hier nochmal gespannt. Ich geb' lauf. 克erieb? In den Kamer vård? füchlich. Ein ganz bereit, es fehlt mir. Wir sind es. Wir sind mein Lord. Wir sehen uns, was wir précision den Sekunden zu ziehen siendo er nicht so ¬ешьeee$ geklaut? Kommt, warum? Ja, mein Lord, Arbeit ist doch noch. Was auch immer. Was ist's? Nun macht schon. Mehr Arbeit? Na gut. Ja, mein Liebesherr. Ihr braucht meine Hilfe. Ja, mein Lord. Ich geh dann mal. Sag das Zauberwort. Oh, was machen die denn hier? Ja, mein Lord. Ja, ist egal. Jetzt kann ich... Oh. Nee, ich will nicht mehr warten. Einsatzbereit. Ja, mein Lord. Nun macht schon. Ich bin nicht mehr. Ich habe nicht alle gespart. Getrschwung. Oh, non-hustig. Groß. Was ist denn liefbar? Ja, mein Liebesherr. Oh, non-hustig. Jawohl, das ist gut. Ihr braucht meine Hilfe. Groß Hilfe. Nun macht schon. Groß. Tschüss dich. Nun macht schon. In Ordnung. hilft nix richtig bringt noch nichts also wird leider nichts mit der fast exe was hat man denn da eine nachtelfen so alle mal zurück jetzt kommt ein extrem später tag das gefällt mir eigentlich gar nicht gut so aber ich gehe mal hoch zum night elf mal gucken was der so treibt die fand für die food ist oder ob er überhaupt irgendwas treibt natürlich warum geht da dann nicht raus zeitverschwendung ja easy hässlicher vogel du entschuldigung ist aber so es geht mir sowas von auf den senkel aber das gute ist natürlich dass wir gleich die nächste runde suchen können okay und jetzt ich mit night elf gegen den orc herzlichen glückwunsch okay 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 ich weiß was man spielt mein freund das ist ja das geheimnis daran so ich werde auf jeden fall den keeper in kombination okay oder spiel noch mass archer euer gebäude ist fertig ne ich glaube nicht normal archer dann triaden und vielleicht bären das ist jetzt auch nicht unbedingt eine meiner lieblings maps hier aber stiefel der beweglichkeit die zeit ist gekommen okay und dann soll der wildnis ein leicht zu füllen und soll krieger greifen die feind an so da glaube ich ein oder zwei wisps gekillt davon lassen wir uns nicht beirren so soll es sein unsere krieger greifen den feind an ich bin da so wichtig ist halt dass ich gleich schnell level 2 bekomme so soll es sein für den zaun der natur die natur ist aufruhr wenn der schutz ist so so ab in den tag wer bedroht die wildnis auf euer zeichen wer bedroht die wildnis muss da sich eben schon schön zurückziehen natürlich jetzt gehen wir die extra frei machen die zeit ist gekommen die zeit ist gekommen das wird nicht für level 3 reichen leider ein bisschen schade mit level 2 bucherwurzeln kann man richtig schön was killen die zeit ist gekommen die zeit ist gekommen ihr seid am zug viel zu leicht feuer frei auf euer zeichen schon erledigt ich warte auf euch zeig den weg schon verstanden wir sind am zug schon verstanden ich warte auf euch alles nicht die schönsten items alles nicht die schönsten items mal gucken was der so treibt mal gucken was der so treibt mal gucken was der so treibt das habe ich mir gedacht für kalimdor hier können wir nicht bauen die zeit ist gekommen die zeit ist gekommen die natur ist in aufruhr weiter natürlich ok bei den geistern der wird die nicht den der ist der 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 dem Kommt, Jungs, holt ein bisschen Damage raus. Da, Mann. Oh, damit. Musste ich porten? Das ärgert mich jetzt. Halt, nicht den. Wer bedroht die Wildnis? Die Zeit ist gekommen. Das habe ich mir gedacht. Für Kalimdor. Und war da oben noch eine Runde krieten. Verfügt über mich. Für Kalimdor. Die Natur ist in Gefur. So, wo ist er denn? Er ist hart. Das habe ich mir gedacht. Möchtet ihr etwas genug sagen? Ich warte auf euch. Wer bedroht die Wildnis? Bei den Geistern. Ich bin ausgerüstet und bereit. Nicht gelingen Gold. Mein neues Rezept lieben. Ich bin wach. Ich bin wach. Die Zeit ist gekommen. Oh, euer Zeichen. Euer Gebäude ist fertig. Okay. Ihr seid am Zug. Verfügt über mich. Ich bin ausgerüstet und bereit. Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet und bereit. Ich bin ausgerüstet und bereit. Ich bin ausgerüstet und bereit. meine kraft gehört sofort ich kann für die natur ist wo soll ich zuschlagen micro fehler jetzt muss ich erst auf ein paar bären warten besteht etwa gefahr die zeit ist gekommen natürlich so soll es sein wer bedroht die wildnis so soll es sein für kalimdor der schimpfer ist erwacht unsere krieger greifen den feind an verfügt über mich jetzt kommt batrider das ist weniger schön und hier ziehen wir uns erst noch mal ein bisschen zurück die natur ist in aufruhr verfügt über mich besteht etwa gefahr was ist der wof der natur für die bäume mit vergnügen die zeit ist gekommen die 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 Ich bin ausgerüstet. Damn it. Die Natur ist in Aufruhr. Wer bedroht die Wildnis? Die Zeit ist gekommen. Schlecht ist das nicht, was wir hier haben? Jetzt haben wir erstmal das T-Spain hier. Besteht etwa Gefahr. So soll es sein. Die Zeit ist gekommen. Die Natur ist in Aufruhr. Unsere Krieger greifen den Feind an. Kallger soll der Wildnis hineinzufügen. Wer bedroht die Wildnis? Ja, Problem ist... Keiner mag Lähmer. Ja. 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 Die Zeit ist gekommen. Bei den Geistern. Wer bedroht die Wildnis? Bleiben wir erstmal unter. Die Zeit ist gekommen. Die Natur ist in Aufruhr. 50 Supply. Bei den Geistern. Bei den Geistern. Oder in Roten hat er auch schon gemacht. So soll es sein. Natürlich verfügt über mich. was für die Welt ist. Das habe ich mir gedacht. Für Kallendor. Euer Gebäude ist fertig. Unsere Krieger greifen den Feind an. Wie soll es sein. Natürlich. Bei den Geistern. Bei den Geistern. Was ist das? Was ist das? Ich lege eine Fährte. Ich lege eine Fährte. Unsere Krieger greifen den Feind an. Natürlich. Die Natur ist in Aufruhr. Unser Held ist gefallen. Nicht genügend Gold. Ah, die weite, weite Welt. Wo soll ich zuschlagen, Udora? Ich kenne meinen Pfad. Unsere Krieger greifen den Feind an. Für die Bäume. Hallo. Werden wir erobert? Möchtet ihr etwas in die Luft jagen? Ich bin wach. Ich bin wach. Natürlich. Okay. Das hilft nichts. Ich muss versuchen zu expandieren. Gibt es Ärger? Ich bin ausgerüstet und bereit. Mit Vergnügen. Was ist der Ruf der Natur? Werden wir erobert? Gibt es Ärger? Darauf bin ich schon ganz wild. Werden wir erobert? Hier können wir nicht bauen. Hier können wir nicht bauen. Ich bin gefällig. Hallo. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Was ist der Ruf der Natur? Möchtet ihr etwas in die Luft jagen? Wir werden noch ein neues Sitzel. Wir gehen in die Luft. Wacht für die Bolsa. Ich lege eine Färze. Ich bin ausgerüstet und bereit. Das habe ich rumzuck zusammengerührt. Ich muss das Land bewacht. Die Zeit ist gekommen. Für Kalimdor. Wer bedroht die Wildnis? Nicht genügend Gold. Euer Gebäude ist fertig. Okay. Möchtet ihr etwas in die Luft jagen? Es steht etwa Gefahr. Im Moment halt überhaupt kein Goldeinkommen. verfügt über mich. So soll es sein. Das habe ich mir gedacht. Das Ärgerliche ist jetzt halt, dass er wahrscheinlich in der Mitte expandiert. Besteht etwa Gefahr? Ich bin ausgerüstet und bereit. Ihr werdet mein neues Rezept lieben. Wer mit dem? Was ist der Ruf der Natur? Darauf bin ich schon ganz wild. Okay. Lass mich zurück. Hier haben wir den Unterstellungen Beckerede. Ja, und noch größeres Problem, dass er drei oder vier von meinen Bären gefressen hat. Das ist natürlich mega assi. Die Zeit ist gekommen. Euer Gebäude ist fertig. Du bist auf Ruhe. Ihr habt ein neues Detekt, nicht nur. Herr, ich muss tatsächlich noch gar nicht mehr. Sie ist unser heiliger Heil, Sie entweist. Das war mir nicht. Die Natur ist auf Ruhe. Die Zeit ist gekommen. So soll es sein. Natürlich. Tod allen Schindern. Unser heiliger Heil wird weit. Für Kalimdor. Bei den Geistern. Aber ihr kennt mich, ihr Lieben. Aufgeben ist nicht. Wer bedroht die Wildnis? Zerschmettert die Schänder des Landes. So ein bisschen schade, dass jetzt noch so eine Runde da draus geworden ist. Den kriege ich da nicht raus. Nicht genügend Gold. Wer bedroht die Wildnis? Gesteht er da nicht wahr? Das hab ich mir gedacht. Für alle vor. Dann geht's um wirklich. Bei den Geistern. Bei den Geistern. Dann verfügt über mich. Ihr werdet mein neues Rezept nie. Ja, ja, nicht so hast du. Das krieg ich zusammengemischt. Die Zeit ist gekommen. Nicht genügend Gold. Ich bin ausgerüstet, unser Allega greifen den Feind an. Möchtet ihr etwas in die Luft jagen? Die Zeit ist gekommen. So soll es sein. Unser heiliger Hain wird entweiht. Das hab ich mir gedacht. Da haben wir es schnell hin. Ich bin ausgerüstet und behalte die weite, weite Welt. Wer bedroht die Wildnuss? Wer bedroht die Wildnuss? Das ist nicht über mich. Ihr werdet mein neues Rezept fliegen. Die Nachtmuer ist in Aufruhr. Möchtet ihr etwas in die Luft jagen? Wir haben gefragt. Die Zeit ist gekommen. Jetzt wisst ihr warum ich so ungern Night Elf spiele. Die Natur ist in Aufruhr. Für Kalimdor. Hehehehe. Ja ausgerechnet Night Elf. Da kommt sowas halt mal bei rum. Aber dann hoffen wir mal drauf, dass wir ihn gleich wieder treffen. Und dann mit einer anderen Klasse bitte. Deswegen suche ich instant das nächste Game. Weil eigentlich müsste ich den packen. Hoffen wir das Beste. Nein. Leider nicht. Es ist ein Ork. Also. Mirror. Da. Muss was getan werden. Bereit zu arbeiten. Ich kann ja nicht arbeiten. Arbeit. Arbeit. Nächstes Mal wenn ich Night Elf habe spiele ich einen Demon hat. Unter. Aus. Punkt. Hehehehe. Bereit zur Arbeit. Wir brauchen mehr Gold. So. Ork Mirror. Auf jeden Fall später Schamanen. Und der Rest wird sich zeigen. Lost Temple mal wieder. Bereit zur Arbeit. Muss was getan werden. So. Come on. Bereit zur Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Übergang. Dann wollen wir nochmal versuchen einen richtigen Fast Free Pin zu legen. Wir brauchen mehr Gold. So. Bereit zur Arbeit. Mein Leben für die Horde. Meine Klinge sucht nach der Nord. Ich stehe euch zu diensten. So als erstes gleich der Windwalk. so als erstes gleich der Windwalk. So als erstes gleich der Windwalk. ab in den tag schutz ist im ort mir nicht verkehrt so ab an dem brunnen genau rechtzeitig zur nacht mein leben für die harte was wir wollen ich könnte mich bauen was liegt an ich höre und traurig ich stehe euch zu diensten so und weiter um den brunnen krippen den hat er schon also er ist auch hier auf jeden fall meine klaus was liegt an ich stehe euch zu diensten ich stehe euch zu diensten meister was 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 nicht anruft. Ich höre und reinge. Was ihr wollen. Ich kann hier nicht bauen. Nein, nein. Ich stehe euch zu diensten. Locktab. Ja. Was ihr wollen. so gucken ob wir noch mal einen brunnen können ich stehe euch zu diensten schwein gehabt den wir die extra frei machen das kann ich das kann ich wo du es vergessen wir brauchen mehr gold alles klar Arbeit abgeschlossen ich stehe euch zu diensten wer ist mein nächstes Opfer hier drüben frei machen was liegt an was wir wollen alles klar das kann ich Arbeit abgeschlossen wir brauchen mehr Gold ich stehe euch Arbeit abgeschlossen Arbeit abgeschlossen boah blödes Hühnchen so jetzt machen wir uns mal langsam auf dem Weg zur Mitte was liegt an ja Lord vorzügliche Wahl wer ist mein nächstes Opfer ich stehe euch zu diensten ja benutzt meine Macht bereit zur Arbeit so schön mit dem Fokus versuchen jedenfalls versuchen jedenfalls große Heiltrank Zauberstab des Windes und schon ist der Brunnen und schon ist der Brunnen clear das ist immer schon viel wert wenn man den bekommt jetzt gehen wir mal gucken ich gehe ganz stark davon aus dass der Gegner auf der linken Seite ist hab wieder mal den Fehler gemacht dass ich nicht äh scouten gegangen bin genau 50 Supply erreicht wollen wir jetzt auch erstmal eine Zeit lang nicht drüber gehen wo es was getan werden ja ich höre und der okay vorzügliche Arbeit abgeschlossen ich stehe euch zu diensten nochmal gucken wenn ich es zum Teleport zwinge ich höre es was heute vorzügliche Wahl ja kostet meine Klinge erstmal gehen wir hier auf den Shop oh ganz schneller Teleport okay shop haben wir wir werden angegriffen neu wie kann ich helfen hä kam der Charme hier nicht hinterher ich stehe euch zu diensten ja lord ja lord ja lord okay jetzt gehen wir auch direkt über 50 Supply ich stehe euch zu diensten Sturm Arbeit angeschlossen Arbeit so und auch direkt die ganzen Upgrades sobald das Gold gleich reicht werde ich auch den dritten Helden spielen boah kriegt mein Glader auf die Goschen und Stopp Zauber Stopp das Wind ist was fliegt was fliegt an wer ist mein nächstes Opfer benutzt meine Macht ich stehe euch helfen ich stehe euch zu diensten Arbeit zur Arbeit kann ich euch helfen wir brauchen mehr Gold so um alles lassen Okay. Reif des Adels. Auch ein schönes Item. Halt, bei meiner Base. Können wir aber laufen, hoffentlich, oder? Nee, können wir nicht. Und so. Oh, ich habe es nicht. Was hier was? Was verlangt ihr von mir? So verstecken Sie mich an. Fein los. Ich stehe nicht am liebsten. So züge mich an. Ja, mein Geld ist meine Klinge. Ich versuche, was nicht an. Ja, los. Winkel geht mir. Ich stehe nicht am liebsten. Winkel geht mir. Ich stehe euch zu diensten. Ich stehe euch zu diensten. Ja, Mann. Ich stehe euch zu diensten. Was liegt an? Welts? Aber nächstes? Oh, Mann. Oh, Mann. Mein Leben für die Jahrhundert. Ich stehe euch zu diensten. Okay. Okay. Für uns mit Blattlast sieht man auch nicht jeden Tag. Sturm, Ehren und Kreuer. Was liegt an? Ja. Vorzügliche Wahl. Was liegt an? Ja. Verstanden. Ja. Obergang. Ich stehe euch zu diensten. So, kurz warten auf neues Teleport. Dann machen wir wieder Go. Level 5 schließlich schon erreicht. Ja. Ja, Lord. Oh. Vorzügliche Wahl. Ja. Können wir schön über die Mitte gehen. Ja, Lord. Ja. Du kommst mit. Was liegt an? Hol. Ich stehe euch zu diensten. Was liegt an? Ich höre und der X hat. Ich höre und gehe. Ja. Hört meinen Ruf. Ja, Lord. Ich höre und gehörche. Leider kein Speedscroll dabei. da ist hier kriege ich ja nicht ja Und Runde gewonnen. Wie werden wir eingerankt? Durland. Ja, wunderbar. Da wollten wir hin. Mal gucken, welche MMR. 5256. Eine Niederlage ärgert mich ein bisschen. Aber gut, was willst du machen? Ich habe ja nicht umsonst mit Night Elf noch alles offen gelassen. Human 3.0. Da haben die Quali-Games irgendwie nicht gezählt. Ja, hier stehe ich kurz vor den 5000 MMR. Unded ganz gut drüber. Night Elf muss ich noch. Und jetzt die Random-Quali auch erledigt. Und ich hoffe, euch haben die Games gefallen. Waren ja ein paar schöne dabei. Ein paar weniger schöne. Aber sei es drum. Und wenn ja, würde ich mich mal über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne bis zum nächsten Game. Euer Ram. Tag 1.2 bravery 2.1 ei redeem. Ich bin richtig nah. Tag 1.3 Tag 2.1 Tag 1.6 Tag 1.6